Musik Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend. Lifestyle TV ist wieder am Start mit eurer Moderatorin Eva Güte. Wir vergessen jetzt mal den ganzen Alltagsstress und lassen unsere Seelen baumeln, denn die Bar 6 vorne hat sich spezialisiert auf ein ganz besonderes Ambiente, einen coolen Style. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Also kommt mit! Musik 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 Mein Name ist jetzt der Besitzer vom Sex vorne, der Ahlen. Hallöchen! Hi! Hi! Ist dir gut? Sensationell! Sex vorne, also der Name, ihr seid auf diesen Namen gekommen. Wie war die Idee dazu? Ich sag hier mal, wir waren total besoffen und bekifft, aber das stimmt natürlich nicht. Das waren wir selbstverständlich nicht, sondern der Name ist von Raumschiff Enterprise abgeleitet worden. Meine Kompaniere und ich sind ganz starke Star Trek Anhänger und haben uns einfach gedacht, der Name ist so absurd für eine Bar, dass es einfach so abgefahren anhört. Haben wir gedacht, Sex vorne, Lounge, das ist total arg. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und warum ist Sensationell ein absolutes Muss? Warum sollte man denn hier auf jeden Fall hinkommen? Es ist kein absolutes Muss und man sollte auch nicht herkommen. Wenn man Lust hat, kommt man einfach. Und wenn man sich wohlfühlen will, wenn man einen entspannten Abend für uns erleben will, kann man gerne herkommen. Wie gesagt, unsere Love All Serve All. Wir lieben alle unsere Gäste und dementsprechend bedienen wir sie auch. Es ist ein kleiner Laden, es ist ja alles sehr familiär. Es ist eine, ja, man sieht es, es ist einfach eine spannende Atmosphäre bei uns. Und ich bin hier in der Bar 6 vorne getroffen habe. Mr. Berlin, hallo. Hallo. Wie heißt du? Florian. Und wie alt bist du? Ich bin 23. Was ist denn für dich das Besondere an dieser Location? Also warum sollen die Leute hierher kommen? Warum ist das so besonders? Also auf jeden Fall weiß ich einmal zu schätzen, dass hier ein persönliches Verhältnis zuerst. Also man kennt die Barkeeper, man kennt die Leute, man hat hier vertraute Personen. Und ansonsten ist es halt gleich um die Ecke von meiner Wohnung. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ansonsten ist es halt auch klein und gemütlich. Also dieses Gesamtpaket macht es aus auf jeden Fall. Ich lebe eigentlich in Griechenland, aber jedes Mal, wenn ich hier im Urlaub bin, weil ich bin eigentlich aus Berlin, komme ich als erstes hierher. Ja, ich bin jeden, absolut jeden einzelnen Abend hier. Jeden Abend? Absolut, absolut jeden Abend. Warum das denn? Weil ich habe hier sehr viele Freunde. Meine Freunde arbeiten jetzt mittlerweile hier. Deswegen bin ich jeden Abend hier und man lernt immer neue Leute kennen und es ist immer eine gute Stimmung hier drin, wie man sehen kann. Und deswegen bin ich jeden Abend gerne hier. Liebe Leute, das war es von mir an dieser Stelle aus der Bar 6 vorne. Eine kleine, aber feine Location, die aus dem Berliner Nightlife einfach nicht mehr wegzudenken ist, gerade bei den jüngeren Leuten. Tschüss, macht's gut, bis bald, eure Eva. Tschüss, macht's gut, bis bald, eure Eva.